alles klärchen also lapi lapi so einmal zweimal dreimal muss es sein ok die kommt nach draußen demonstrieren die hier das braucht nämlich quid power wir haben keine warum ist es acht und ein solarpendel macht eins dann haben wir neun die kann einfach irgendwo hin platzieren hier ist eigentlich egal wo die stehen hauptsache freien himmel und jetzt können wir hier loslegen hier genau funktioniert jawohl so dann die burnt bricks hinten an was man alles machen muss um nur eine blöde maschine zu kraft ne 26 reicht immer noch nicht da hätten wir gleich mal nach so bisschen so bisschen so 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 Wir helfen noch ein bisschen nach. So, noch eine Ladung und dann haben wir auf jeden Fall genug. Was anderes reinpacken. So eine Koppel brauchen wir nicht unbedingt. Perfekt. Wir brauchen immer noch den Machine Base. Machine Base. Harden Stone, Stone Burnt. Brauchen wir da nur 8 Stück eigentlich. Die haben wir sogar schon. Black Quartz haben wir auch genug. Harden Stone brauche ich dann. Einen ganzen Stick haben wir auch. Äh, fehlt noch eine Koppel, genau. Okay. Wir hören noch ein bisschen nach. Ich hab ja noch genug. So. Und man freut sich auch drüber, ne? So. Zack. Und so ein Drawer leer ist. Sehr schön. Perfekt. 32. Schön. Schön. Schön, 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 schön. Schön, schön, schön. Schön, schön, schön. Und zack. Warum? Warum packst du nur 7 rein? Achso, Stone Burnt. Äh, ich brauche hier doppelt. Wie viel brauche ich 16, oder? Da brauche ich sogar 32, Stone Burnt. Hä, wie komme ich denn da drauf? Warte mal. Brauche ich 16? 16, ja doch. Da brauche ich 32. Da brauche ich 32. Oh, das ist gerade Nacht. Äh, wie kam ich denn? Hä? Was ist denn da? Hä? Da habe ich aber total, total quer gedacht, oder so. Klass sein. Wie habe ich denn jetzt? 10. Ich brauche 16, also dauert es ja noch. Na gut. Gib mal her. Kann ich einfach zählen. Na gut. Machen wir was anderes. Machen wir was anderes? Was brauchen wir denn noch? Ähm. Genau. Ich brauche hier einen. Das waren 2 Obi. Ich bin mir nicht mehr sicher. Was ist das 2 Obi? Mal probieren es gerade aus. Äh, so, so. Und so, oder? Ja, den Assembler. Perfekt. Der baut für uns nämlich die Maschine. Dann müssen wir sie nicht selber bauen. Alles gut. So. Dann, äh. Haben wir noch nicht genug. Gut. Dann kümmern wir uns mal wieder gerade nebenbei um Molekular. Da haben wir noch ein bisschen was vorzubereiten, ne? So. Und zwar. Das Ding. Oh Gott. Äh. Lapodronen Kristall. Genau. Ach du Gott. Ich habe viel zu wenig Schaltkreise gebastelt. Wenn ich nochmal zeichnen hier. Das da. Und. Aber. Ach ja. Ne. Jetzt funktionierst du nicht mehr. Ich kann eins machen. Jetzt geht es nicht mehr. Okay. Das. Aber. Iron. Iron. Iron Blades. Ähm. Habe ich hier noch Reston drin? Ja. Habe ich. Nein. Du nicht. Okay. Ich brauche insgesamt. Zwei habe ich schon. Ja. Dann brauche ich. Nochmal zwei. Also. Zwei. Äh. Moment. Die zwei habe ich. Davon brauche ich eins. Also nochmal. Zwei. Und da brauche ich nochmal. Nochmal. Zwei. Sind dann. Boah. Das Ding ist kompliziert. Ich brauche für das Ding hier. Insgesamt. Oh Gott. Insgesamt. Ich kann nicht denken. Wurschtbar. Zwei. Drei. Vier. 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 Normale Schaltkreise. Okay. Erstmal nochmal vier normale Schaltkreise pro Ding. Also. Acht. Dann erstmal acht Schaltkreise. Meine Güte. Was mache ich denn da? So. Scheiß drauf. Acht Stück. Zack. Acht. Acht. Und dann bleiben zwei normal. Ich glaube das hat funktioniert. Acht jetzt. Acht. 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 Ich muss. Empowered Zeug machen. Rot und blau. Alles klar. Kriegen wir hin oder? Irgendwie. Warte mal. Warte mal. Hatte ich nicht. Hatte ich nicht. Ja. Die normalen sind viel zu teuer. Ne. Okay. Ein paar haut. Blau und rot. Gut. So. Ich müsste auch irgendwie glaube ich blau oben haben. Hm. Meine crafting Kiste ist voll. Äh. Na gut. Dann sollten wir hier so fertig sein. Gib mal wieder gerade alles her. Fast alles jedenfalls. Äh. Äh. Ich brauche erstmal den Void auf meiner fertig. Ich brauche. Ich weiß nicht warum. Das muss ich nebenbei machen. Wie mache ich das jetzt? Äh. Nebenbei muss ich das jetzt tun. Ja. Das kann erstmal da bleiben. Das wird erstmal da. Ich mach mal den Void auf meiner fertig glaube ich. Und dann nebenbei. Nebenbei. Ähm. Was wollte ich nebenbei machen? Das habe ich vergessen. Oh. Ist das furchtbar. Aber mal das da. Das da. Nein. Äh. 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 Nebenbei wollte ich irgendwas produzieren lassen. Ich hab's vielleicht vergessen. Ah ja. Ich war jetzt wieder. Rot und blau. Rot und blau. Äh. Aber. Die Frage ist habe ich genug. Ach. Es ist egal. Ich weiß mal welche. So. Oh. 7 rot und blau habe ich von den dingen herstellen in der schad glass cutter in der perle den glass cutter verdammt die wandert ach so ist verarschen ok jetzt in dieser reihe geht auf den keks sagen wir mal hier da acht stück und dann so perfekt gut auch genug rote kann es mal da bleiben bleibt matter hier bleibt rote farbe ok rote red garnet 67 den gibt es kein wirkliches rezept auf meinen so was fehlt noch rote genau rote hier habe ich nicht das ist das ist ein pulverform das ist 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 das ist